Alle 40 Sekunden, eine Streichholzlänge, nimmt sich irgendwo auf diesem Planet ein Mensch das Leben. Das sind im Jahr über eine Million Menschen, die fast 10 Millionen schwerst traumatisierte Partner, Eltern, Kinder oder Freunde zurücklassen. Mit Trees of Memory möchte ich den Menschen, die den Kampf im Leben verloren haben, auf einem Weg einmal um die Erde durch 60 Länder Bäume der Erinnerung pflanzen. Bäume, die auch zum Gedenken an diejenigen gepflanzt werden, die sie zurückgelassen haben. Bäume, die an wunderbare Freundschaften und Liebesbeziehungen erinnern sollen. Und Bäume, die denjenigen, die mit Suizidgedanken durch das Leben gehen, Hoffnung und eine Perspektive geben sollen. Die Website Trees of Memory soll zu einem Portal und zu einem Forum werden, das Menschen aus aller Welt miteinander verbindet. Und gerade in schweren Zeiten, zum Beispiel nach einem Suizid, dazu beitragen kann, sich gegenseitig zu unterstützen. Außerdem möchte ich mit dieser Seite den Fußweg um die Erde dokumentieren, als auch das Pflanzen der Bäume. Und ich möchte Menschen begegnen und ich möchte auch zeigen, was ich auf dieser Reise, auf diesem Weg erlebe. Und ich möchte, dass die Menschen daran teilhaben können. Am besten eins zu eins, damit es ihnen vielleicht auch ein wenig Hoffnung und Perspektive geben möge. Warum habe ich das Projekt Trees of Memory ins Leben gerufen und warum ist mir das so wichtig? Weil Menschen, die mit einem Suizid konfrontiert wurden, lebenslang darunter leiden. Weil ich selbst eines Tages am Abgrund stand und in letzter Sekunde gerettet wurde. Weil mein Partner sich an Ostern 2016 das Leben genommen hat. An seinem nächsten Todestag, den 27. März, möchte ich mit Trees of Memory beginnen, loslaufen und die ersten Bäume pflanzen. Mein Name ist Mario Dieringer und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Trees of Memory Wirklichkeit werden lassen. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen. Danke. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020